Wir sind aber nicht in die Wand. Ah, und da kommt einer von hinten seit, sich genau über mir ab und knallt. Geil. Auf ein neues. Eindringen vorbereiten. Aufstellung. In Position. Türladung. Bring die Türladung an. Da müsste einer rumstehen noch. Ups. Das sind meine Kollegen. Nicht der gerade beschehen. Und da steht er noch. Ich hab jetzt gerade irgendeine Lust auf den. Leider bringt das auch nichts, weil irgendwo steht der da. Und steht. Wow. Das war jetzt echt die Sache, den hätte ich jetzt erledigt. Offensichtlich nicht. Und hier übrigens dieses Ganze hat dieses Töten durch Deckung in denen ich jetzt. Das sind diese AC-Ränge, von denen ich zählt habe, die man dadurch macht. Und je mehr AC-Level ich abschließe, dann bekomme ich Punkte-Boni. Denn unten sieht man auch so den Gesamtstatus so von alledem, was ich an Punkten habe. Also EP-Erfahrungspunkte. Ja. Das nochmal dazu. Einfach nochmal. Um das hier nochmal zu verdeuteln. Und wenn mein Team Kills macht, bekomme ich natürlich auch Punkte. Granate und Räumen. So. Granate und Räumen. Kontakt, Danko. Und rein da. Die kassieren ja aber auch da ganz gut. Ich habe nur Sinn. Ich habe nur wieder Angst, dass... Ah, da kommt sie. Da sind die überall. Wieso treffe ich den da hinterher nicht, frage ich mich gerade. Oh. Ist er jetzt tot? Ich traue dem Braten noch nicht. Vielleicht ist er jetzt tot. Ja. Ist tot. Sollte er eigentlich tot sein. Ich bin immer noch sehr, sehr misstrauisch. Nicht, dass du mich dann... Von hinten... Genau sowas mag ich. So ganz fies in der Ecke chillen. Einfach keine Ahnung an, wo sie sind. Dann ist man plötzlich tot. Ist da oben noch was? Sehr gut. Und weiter. Hier wirklich alles, ordnungsgemäß. Ach, hier sind die dekontillen. Wir haben das selbe. Wer würde so etwas los tun? Sehr gut. Wir dekontillenieren uns jetzt erstmal. In Position. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas ungewöhnliches spüren, wie Atemprobleme, Schmerzen in der Lunge. Dann liegen wir auf. Gehen Sie einfach zurück. Ja gut, dann gehen wir jetzt durch. Hallo. Sie können die Maske jetzt abnehmen. Wir sind jetzt fertig. Gut. Wo ist mein Team? Ah, da ist es. Jetzt sind wir in der Bibliothek. Bücherbürmer. So, dann mal auf geht's. Treten wir diesen blöden Terroristen mal so kräftig in den Arsch. So, aber erstmal schalten wir da drauf. Oh, oh. Wicken, ey. Verdammt, du Scheiße, ey. Die kommen ja von überall. Ach, du Kacke. Na, komm her. So, erstmal nachraten. Boah, wie viele laufen denn hier bitte rum? Das geht ja echt nicht mehr normal. Bam. In your face. Ich hab halt Angst, dass da von oben direkt noch welche kommen. Ich hoffe mal nicht, denn sonst bin ich echt tot. Buh. Pff, uh, ficken, ey. Blend keine Nasche. Die nehmen uns hier aber ganz schön in die Mangel. Gar nicht gut, gar nicht gut. Überhaupt nicht. Komm her. Aua, scheiße, wo kommt der denn her? Hey, wofür hab ich denn ein Team? Es sollte mir Rückendeckung geben, verdammte Scheiße. Wo ist der denn bitte? Ich guck mal gerade, ob es da drüben noch eine Munitionskiste gibt. Ich stelle gerade fest, ich hab nur eine Granate. Das ist reichlich, äh, wenig. Ja, Tatsache. Das hatte ich vorhin doch glatt vergessen. So, jetzt geht's besser. Hast du gesehen, wo sie sitzen? Nein. Nein, aber du bist gleich tot, du Nutte. Ach, von da kam der. Boah, ich hab so Angst da. Alles von überall könnten sie mich beschießen. Das ist echt ein Albtraum. Okay. Da geht's nicht lang. Wo, 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 wo kommen die denn immer? So, den kaufe ich mir. Hey, 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 hey. Dauert nur noch ein bisschen, bis ich die richtige Waffe gefunden habe. Boom, Ed Shots. Du auch. Und nein, daneben. Yay, das macht ja richtig Spaß. Die kommen da ja alle wie, wie die Blöden angelaufen. Hey, 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 hey. Und weg seid ihr. Äh, schnell, irgendwie in den geschützten Bereich gehen. Ja! Oh, wie gut, dass der jetzt sich abgedrückt hat. Ich wär so tot gewesen. Boah, nicht normal. Da hab ich mich jetzt wirklich verdammt erschreckt. Alter. Boah. Meine Fresse. Ist echt lebensgefällig hier. Das ist nice, der Buck. Das ist wirklich nice. Aber war sowas von. Hahaha. Schon wieder irgendwo. So, der ist auch hinüber. Ich neige irgendwie mal, beschossen zu werden. Dazu. Keine Ahnung. Sie beschießen mich gerne. Und deswegen... Ja, ich mach vorsichtig. Okay. Ihr sterben! Boom, schade. Irgendwo ist noch einer mit der Schrote. Da ist der mit der Schrotze. Äh, geil. Einmal so durchgebackt. Durch die Deckung. Nice. Nice, das Spiel Buck. Ist hier aufpassen, dass da keiner drin ist. Sonst sind wir nämlich gleich tot. Dann werden wir überrannt. So. Aber da geht's irgendwo hin. Okay. Ich schaue mir den Plan der Bibliothek an. Ihr werdet gleich eine zentrale Halle betreten. Mit viel Deckung für die Terroristen. Vielleicht wollt ihr lieber aufs Dach und das Oberlicht eindringen. Es gibt sicher exzellente Möglichkeiten für Scharfschutz. Außerdem könntest du Mike und Jung schicken, durch eine der Türen einzudringen. Während du durch... Ja, ich könnte aber auch einfach mal nicht sterben, während ich versuche, die alte Halle da aufzuräumen. Okay, ich schaue mir den Plan der Bibliothek an. Ihr werdet gleich eine zentrale Halle betreten. Mit viel Deckung für die Terroristen. Vielleicht wollt ihr lieber aufs Dach und durchs Oberlicht eindringen. Es gibt sicher exzellente Möglichkeiten für Scharfschützen. Außerdem könntest du Mike und Jung schicken, durch eine der Türen einzudringen, während du durchs Oberlicht kommst. Die Treppe zum Dach befindet sich in der ersten Etage. Hier. In Position. Das klingt noch nach Exzellent. Los, los, los. Ups. Rekt durchführbar. Fuck. Bleibt einfach unten. So, jetzt geh nochmal zurück. Postiere die unten nochmal. Blöden Jungs. Perfekt, sie war. So, jetzt suche ich irgendwie da. Keine Ahnung. Ich suche jetzt halt mal die Treppe nach oben. Weil das mit den Scharfschützen, das klang halt schon nice. Da auch nicht. Okay, nochmal zurück. Nochmal von vorne. Irgendwie finden wir das schon. Okay, da. Jetzt. Das kann auch nicht so schwierig sein. Oh, scheiß. Ah! Ja, okay. Okay, also irgendwie finde ich diese Treppe aufs Dach gerade nicht. So blöd sich das auch anhört. Ja. Öffnen und säubern. Roger. Oh, ich geh von oben. Wo ist denn mein scheiß Team? Sind die jetzt da unten? Oh, ja. Ich wollte eigentlich mit meinem Team suchen. Hääääää. Da stehen die da doch. So, okay. Jetzt bleib ich halt bei meinem Team. Jetzt gehen wir da alle rein. Okay, ich schaue mir den Plan der Bibliothek an. Ihr werdet gleich eine zentrale Halle betreten und viel Deckung für die Terroristen. Vielleicht wollt ihr lieber aufs Dach und durchs Oberlicht eindringen. Es gibt sicher exzellente Möglichkeiten für Scharfschützen. Außerdem könntest du Mike und Jung schicken, durch eine der Türen einzudringen, während du durchs Oberlicht kommst. Die Treppe zum Dach befindet sich in der ersten Etage. Hier. Wo soll das sein? Ah, hier ist die. Das ist nice. Ja, wäre ich ja fast dran vorbeigelaufen. Hehehe. Türladung. So, und jetzt... F***ing Action. Also bis jetzt sehe ich keinen. Vielleicht da hinten spannend. Ich sehe keine Tangos. Nein. N-n-n. Keiner da. Doch, da ist jemand. Da war doch jemand. Da unten. Au. Hab ich den jetzt erwischt? Scheiße, ey. Der beschießt in meinem Team. Hey, hey, das macht irgendwie Spaß so. Von oben hier alle wegzusnipen. Ja, das macht Spaß. Da macht so einer. Boah, der ist auch noch so blöd und macht noch auf sich aufmerksam. Ist doch klar, dass er das Scharfschützen-Battle verlieren muss. Und noch einer. Bin ja immer weniger da drin. Nee, hehehe. Was sieht hier so aus? Wow. Da wäre jemand Stress. Aber so richtig. Wo ist mein verdammtes Team? Ich sehe die einfach nicht. Boom! Headshot! Yay, 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 yay. So, irgendwo muss da mein Team rumguffeln? Ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Komm, komm, put, 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 put. Ah, bingo. So. Schon irgendwie vermisse ich mein Team gerade ein klein wenig. So, deswegen werde ich mich jetzt einfach mal in den Hinzungen ziehen. Okay. Cool. Also hat mein Team gerade irgendwie alles durchsucht. So. Go, 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 go. Bewegung. Ey. Vorrücken, roger. Warum fähre ich so hart? Ah, jetzt geht's besser. Was mit ihm?